So meine lieben Leute, weiterhin Basketball, ja man, und wenn wir dich schnell machen erstmal, heute ein Spiel an, zum Beispiel 1 und 2 Spiel, falls 1 und 4, vielleicht macht ein Spiel, die heute zum 15.30, genau eine Minute bereits den Ohr-Anschliff losgehen. Weiterhin, Tipp zum folgendes Spiel, weil es schon kurz ist ja, schon groß, aber kurz, das ist schon, liebe Leute, Hofbich Stuttgart, geben Bayer Leverkusen 1 zu 3, Regulus Bida, plus 2 Sieger, Tadentia, und auswärts Hofbich Stuttgart nachdem, wo es die Gemeinschaft nun diesmal der Klochner bleibt. Warte, Hofbich Stuttgart, geben Bayer Leverkusen meinen Tipp, 1 zu 3, außer Sieg für Bayer Leverkusen.